Hey! Und herzlich Willkommen bei... ja... League of Legends. Ah, wartet mal kurz mal, die ist ja gar nicht an mir an. Spaß. Ja, ich spiele den lieben Son Goku, äh Wukong. Es wird ein A-Ram, weil ich habe keine... Oh, es ist kein Spiel, ich spiele keine. Ich spiele schon Goku. Und jetzt nehme ich irgendein Dominanz-Ruden-Ding, aber ich weiß nicht, wo habe ich die jetzt versteckt. Komm schon, irgendwo... Zu spät. Zu spät! Ja, Leute. Ich werde mit Lex spielen. Aber so richtig Lex. Ich spiele mit einem fucking Mac von 2017. Nicht nur ein Mac, ein iMac. Ich fühle mich so lost. Das kann nur gut laufen. Und wir haben einen... Klatt? Nein, Emerald. Ein Emerald, der einmal Aram spielt. Das ist ja schon mal neu. Scheint auch ein Hitkopf zu sein. Warte mal, was haben die für... Renekon könnte nervig werden. Pantheon auch. Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich gebe mein Bestes, gut zu spielen. Also mein Ping ist jedenfalls 8ms, das ist schon mal gut. Nur mein PC ist so lahmarschig. Ah ja, genau. Ich habe vergessen zu erwähnen. Ihr dürft gerne mir ein Like hinterlassen, mich abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr weitere solcher Videos von mir sehen wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen, denn ich tue mir das für euch an. Ich hasse eigentlich League. Also ich hasse es zwar nicht, aber ich bin so schlecht darin, dass ich es nicht gerne spiele. Ich war mal gut. Das war die Zeit, wo ich gesuchtet habe. Aber die Zeit ist vorbei. Sie ist vorbei. Ich bin nicht mehr so gut. In meiner Höchstform war ich Platin 3 oder so. Und da habe ich auch nie Aram gespielt, sondern immer nur Ranked. Und jetzt spiele ich immer Aram und keine Ranked. Ich würde mich eh in Ranked blamieren. Ich kenne nicht mal die Meta. Ich habe mich gerade einfach eingeloggt und habe einfach irgendeinen Champion genommen. Mit falschen Ruhen, by the way. 96%. Irgendeiner hat einen schlechteren PC als ich. Egal. Wir nehmen das. Dann gehen wir auf Storm Search. Ja, es lagts schon, aber ich denke, das wird schief gehen. Wenn es nicht gelangen würde, würde es nicht schief gehen. Da ist schon ein Renekton. Okay. Ja, diesen Link ist blau. Oder einer ist gestorben. Und zwar Yumi. Warum war der nicht an einem von uns dran? Das will man wissen. Warum spielt jeder, wenn League of Legends gespielt wird, immer in Büschen? Ich hasse es. Das ist ein Aram. Das ist kein heulender Schlucht. Äh, doch. Das ist heulender Schlucht. Aber das ist doch kein, äh, Luft der Beschwörer oder so'n Scheiß. Schweihardet doch nicht so krass. Nein. Alter, das war so cringe. Ich habe alles aus den Augen verloren. Ich bin einfach ein Noob. Und ich spiele dabei ohne Brille. Vielleicht sollte ich die Brille mal anziehen. Ich ziehe die Brille mal an. Macht das einen Unterschied? Okay, ich sehe schärfer. Reagiere ich auch besser? Ich sehe keinen Sound, weil meine Kopfhörer irgendwie dumm sind. Die sind dümmer als Toast. Ja, natürlich treffen die mich. Renekton der Pipi. Renekton der Kakabubo. Okay, warum gehe ich eigentlich so tief in die Grütze rein? Da sind schon welche low, aber ich würde trotzdem sterben, wenn ich versuchen würde irgendeinen zu killen. Wobei... Nein. Obwohl... Nein. Nein. Ich bin Kale? Ach, das ist Irelia. Sie sah halt echt aus wie Kale. Nein. Du kriegst mich nicht. Obwohl... Nein. Du kriegst mich nicht. Sei nicht so greedy, Renekton. Du bist... Los. Du bist ein kleiner Keck. Und das sag ich als Keck. Boah, meine Mausintensität ist ja so ungewohnt. Sie will mit ihrem Q. Theoretisch könnte ich etwas reißen, aber ich bin zu low. Ja. Ja. Aber klar, das ist passiert. Ja. Aber klar, das ist passiert. Das wäre so viel, sehr viel, sehr viel, sehr viel. Aber nicht so viel. Wenn es ein Bildschirm hätte von über 144 Hertz und... ne... Dann würde ich mir vielleicht anders überlegen. Dann würde ich vielleicht über Ranked spielen. Aber so... Also ich spiele einfach auf einem Frierschrank. Oder auf einem Toaster. Das ist doch nicht normal. Ich hab den nicht getroffen. Renekton ist in Supermodus. Da geht der auf Tank. Nö, der geht auf Letality. Oh mein Gott, der wird mich töten. Wieso treffe ich den? Alter, der war doch direkt vor meiner Nase. Der wollte doch angegriffen werden. Gut, dann nehm ich halt Minions. Jetzt legt's wieder, jetzt macht's wieder funky funky. Wir sind gerade nur zu dritt mit Jumi, die dann jemanden attached ist. Ja, ich hab mein Ultimate dabei. Und Shen geht da gerade alleine sein Ding machen. Ich mach auch mein Ding. Ja, und sterbe dabei. Und sterbe dabei! Aber wenigstens hab ich nen Kill bekommen. Storm Search, Schuhe. Hextech-Dingsbums wäre gut für Engage. Das hole ich mir jetzt auch als nächstes. Storm Search, Dessu. Eigentlich könnte ich auch dieses Ultimate Cooldown-Item holen, das hier. Obwohl, das geht mal an, aber trotzdem. Dadurch mach ich auch noch Schaden. Also, jetzt mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung hab, sondern Energy. Nein, nicht das Energy, was ihr trinkt, sondern halt das Energy, was halt exerziziert ist. Die ist echt mutig, muss ich sagen. Ja, ich glaub, wir verlieren das Game. Ich glaub, wir verlieren. Nur so ne Vermutung. Naja, vielleicht auch nicht. Wir haben nen Shogart, der hoffentlich auf Tank geht. Ja, tut ja. Wir haben nen Shogart. Was? Zum Teufel war das für ne Cue? Alter. Alter, ich treff die nicht mal, wenn die neben mir steht. Was ist denn los mit mir? Okay, jetzt treff ich sie. Aber das war jetzt irgendwie bitter und lächerlich. Wieso geht's eigentlich auf Lethality? Wieso? Wenn er gewinnen will, sollte er auf Tank gehen. Oder Bruiser. Okay. Wieso sterben jetzt alle? Juni, warum bist du nicht in irgendeinem Bronnen? Also, ich könnte engagen und so, aber wir sind nur zurück. Und die sind leider nichts. Also, ich könnte hier jetzt einfach engagen. So ist es nicht. Warum haben die alle Schild? Moment. Wo kommt ihr her? Digga. Ah, Juni. Ahhhh. Das ist Butter. Nein, nicht die Butter, die man zum Brot schmiert. Das ist die Butter, die aus dem Arsch rauskommt, wenn man scheißt. Diese Aare geht mir so auf den Kacker. Burnetton will mich, glaube ich, haben. Warte, was? Das hat er getroffen? Alter, die Hitbox. Das war hier. Ich war hier. Boah. Das ist Kackgame, Alter. Das ist ja ein Bugs. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das ist Kack. Ich fühle mich veräppelt. Oh, der ist gestorben. Wieso hat den jemand gekippt? Was zum Teufel ist das für eine Scheiße? Irelia geht auf... Was? Was für ein Bild macht die dann? Und wie viel Leben gegen die? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Also, das ist gut. Das ist ja nicht... Greif doch den Turm an. Meine Güte. Was hat die denn für ein Item, dass die die ganze Zeit ein Schild bekommt? Gibt das ein Schild? Nein. Das? Ach, die hat ein Barrier. Ja, gut. Alter, warum spielt man in Aram Barrier, man? Warum tryhardet man so krass? Junge. Mädchen. Wer immer auch du bist, geh sterben. Alter. Wir sind in einem Aram. Warum wollt ihr gewinnen? Dann gewinnt wenigstens schnell. Aber macht nicht diese Kacke da, wo ihr irgendwie alles hinausverzögert. Warte, das hat sie nicht getroffen. Junge. Mädchen. Butter. Oh my god. Und der geht jetzt auch auf Tank. Also der geht auf Tanz des Todes. Deathlands. Ich mach dem keinen Schaden mehr. Den sollte ich gar nicht jetzt fokussen. Warum gibt der? Hat der seine Items? Nein, der hat... Ich hab grad auf Pantheon geguckt. Gespaltener Himmel hat der. Habe ich vielleicht? Nein, hab ich nicht. Okay, und jetzt? Ja, ich bin einfach geflascht. Ja, ich bin an sich wieder am Leben. Ich bin der Einzige. Ich bin ein Legend. Die wollen aber mich haben. Barrier, Junge. Geh sterben. Geh sterben. Aram Barrier. Spielst du ranked oder was? Spielst du fucking ranked? Ich stirb. Ich hau ab. Obwohl. Jetzt beendet doch das fucking Spiel. Ihr seid doch eh alle Noobs. Genau wie ich. Warte mal, wer war nochmal Emirates? Von uns? Jogart, glaub ich, ne? Also dafür, dass er Emirates ist, spielt er echt kacke. Da spiel ich sogar mit Canon. Obwohl ich seit über Monaten nicht gespielt habe. Besser. Drückt auf Ja. Drückt auf. Klick. Yes. Ja, noch einen. Okay, gut. So. Ja, Leak. Wieso tust du mir das an, Bey? Ich werde keine Wetterrunde spielen. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dürft ihr mich liken, das Video liken und mich abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr wollt, dass ich mir mehr so einen Scheiß antue. und ja, hat mich nicht gefreut, das Spiel zu spielen, aber für euch habe ich mich trotzdem erfreuen lassen, mir die Scheiße anzutun. Tschö-lü. Tschö-lü.